Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wo mein Controller wieder aus ist und wieder angeht, genau zu dieser Folge, ja, und was, wollt ich machen, ja stimmt, ich wollte mir ein bisschen Chiricol holen, tsch, das ist so geil, ein bisschen Weber-Kletter hätte ich mir geholt, aber vielleicht komm ich mir nächstes in diesen Battle Pass und dann hab ich natürlich auch Skins oder so, und jetzt endlich die Leute, ich bin zack, ja, und ja, ich mach mal ein Match, so, So, gut, mal gucken, ob ich diesmal vielleicht mal ein Win-Hool oder so Yeah Oh, schon, das muss so wie immer So gut, Leute, ähm, wird man da noch um, wenn ihr mehr Fortnite sehen wollt, zuletzt halt kommt echt viel Fortnite Ja, gut, flicke dich wieder mit der Band zusammen, alles klar Ob es geladen hat, aber er leider kriegt kein neues Ladebildschirm-Dings, oha, ist ein Level entdeckt wie hier Oh, da ist er weg Äh, das ist cool So, da bin ich wieder, und Komm, dann lad mal hier, Shift hier, bin ich ewig nicht mehr Ah, ne, in der Reine stammt die Hey, geh mal Oh, ne, das geht auf die Rot, ich springe jetzt schon mal raus Eigentlich gehen nicht mehr viele zu Shifty Manchmal Muss ich mal gucken So Ja, ich glaube, ich gehe jetzt zu den Häusern Oder auch nicht Jedoch Ja, die gehen halt dahin Ja, schon, meine Waffe, dann leg ich die Typen da oben, wenn die da sind So Salvenstummi werden wir schon mal Oh, tschüss Perfekt Oh, ne Tommigan, geil Okay So Tommigan ist echt stark, die Waffe So Oh Ich habe auch heute für meine Quest gebraucht Munitionskisten durchsuchen So, jetzt gehen wir mal hier hin Wo die anderen Leute sind Und jetzt werden sie Unbelieben So Oh, hier kommt meine Schof Ha, da liegt ja noch was Ist ein Köder nur, oder Schlimm einfach mal Äh, da können wir Egal Lassen wir uns noch offen Leider bin ich wieder alleine Und nicht der Der Karlsjoe ist nicht da Leider ist der Karlsjoe nicht da Zwei Siekel Boah Der hat mir ja ziemlich Schaden gemacht Der kleine Drecksack So Ist da jetzt noch einer gelandet Oder hat er den erledigt Ähm Na Also man sieht Die war Tommigan ist besser als Schrotfilme Und in der Kampf Manchmal Aber im Weitkampf Also Distanz ist auch fast besser Schon als die Ska Die goldene So Schön Die war mal Zona Ich weiß nicht Wenn ihr den Battle-Packen Die sind voll cool Schreibt mal in die Kommentare Weil ich glaube Die meisten schon Ah Falsche Sache Ja So hier wurde schon gelootet Aufpassen Ja Zwei Kisten Ich brauche denn ein bisschen Holz So Gehen wir mal weiter Runter So ein bisschen Zona Ich glaube Wir würden mal zu Zelt Hygien lassen Glaube ich Noch ein paar Leute Ist manchmal so Dass da noch voll flühe sind So ein bisschen Tankermunition Perfekt Geil Ich habe alle Waffen Zero-Loaded So Ich finde die scheiße Das Na Hast du Wenig Material Gekriegt Wohl Man braucht ja bauen Das Ja So Hier wurde auch viel gebaut Man kriegt irgendwie Voll wenig Materialien Wacker wird so Wenn man im Solo Oder normalen Modus So viele Materialien Wie im Spiel Wie es kriegen würde Oh Scheiße Schüsse aus den Bands Ja Schon beim Gegner Schon fängt dann zu lecken Hier auf der Aufnahme Oder was Hier Meine Ah wo sind sie denn Unsere Kollegen Wo sind sie denn Hallo Hat jemand Eine Schrotlieferung Bestellt Hallo Ach du Scheiße Da hat er Es schon Verraten Der kleine Frechdachs Da hat er Es schon Verraten Aha Hoffentlich kommt nicht von hinten noch einer Komm her du Frechdachs Oh Wo ist er denn Ah Scheiße Wo ist er denn Ey Das war jetzt unfair Der kleine Frechdachs Hat mit sie viel gespielt Ja Mal sehen wir uns Der nächste Runde Leute Oha Bio Omega Aha Ein Chineser Mit Flacken Alles gut Ich glaube man hat einen Loot Lake Ich glaube man werden entweder abgeschlossen oder wir schießen zwei oder jemanden ab Vielleicht nämlich es liegt direkt in die Fülle Lootbuße da gehen Meistens wenn irgendwie Der meiste Spring schon mal ab Das ist mir ein bisschen tiefer Mein Vorteil Mal gucken wie lange wir überleben So Aha Dann hat er noch ein paar Frechstöcks in hier So Gehen wir aufs Dach Oh Scheiße Da ist einer Fuck da ist schon einer Hab ich schon gewusst Mein Vorteil weil wir tiefer sind Weil wir eher abgesprungen sind natürlich Glaub ich zumindest so ist Ja Los Abbauen Abbauen Und jetzt einfach kommen Ja Was können wir jetzt kommen Alles klar Ich glaube der bleibt nirgendwo an ist er Und so hat man einen leichten Vorteil Und ne Waffe Nein Oh Wie viel Leben hat denn der noch Ich muss meine Empfindlichkeit vielleicht ein bisschen Sieben leben Oh Scheiße Ich hab doch gewusst Entweder wir werden abgeknallt Oder wir knallen ihn ab Okay Das ist eigentlich immer so Das ist labbel Ja Oh der Tanz Ich glaube schon mal den Chaos Show dazu Und der spielt Minecraft Ich war natürlich den Chaos 46 Äh normal Oh jetzt hab ich Party gestartet Ich war natürlich ein Kollege Oh der Leber ist mein Lieblings Ich bin Diesmal landen wir in Bauernhof Action Nee Bauern Action Retail Raw Komm Da ist eigentlich Ich bin Schirr Schirr Und Sagen wir uns schon mal raus Hier ein paar No-Skin-A- oder Tipps hier im Frapp springen Ich kann No-Skin-A-Sip Oh man Aber der C4-Typ der war schon ein bisschen Eine die Milchette wäre tot aha ein ausgames lauf passen ausgännis nicht steckst und dann zum spiel ante die bär den machen jeder seite die bär machen wir easy kalt die bilder kann bett uns gehen so kann man schon mal die der schon mal ein bisschen eck vor hier schon ein bisschen rabatt zum einen deckt schon ab hier sehr gut waffen aber kein baumaterial wir werden jetzt schon geschossen das geht er darf nicht unterschätzen Ich bin auch einer. Oh. Nein. Okay, die Runde ist irgendwie peinlich. Ich mache mal eine X-Runde. So, Leute, da sind wir wieder schwer unterwegs. Ja, aber leider nur schwer. Ich konnte nur so ein Schatzhaus fluten. Ich bin ein bisschen defensiv gegangen. Aha. So, ich glaube, die werden ja wieder weniger nicht kriegen. Ja, die werden wir wieder weniger nicht kriegen. Egal, Leute, wir sterben zwar jetzt, aber ja, aber das ist leider notwendig. Scheiße. Wir haben keine Waffen. Wir müssen uns jetzt ergeben, Leute. Wir müssen schnell weg hier. Nein, das ist ja auch einer. Junge, wieso sind hier so viele Leute? Weil wenn jetzt safe sterben, Leute, es tut mir sehr leid. Das ist so, dass wir so kurz waren. Wir sind nur unter den Top 40 geschafft. Jo, jo, fuck, 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 die dürfen sich sehen. Wenn er wieder eine Waffe ist, ist er mir safe. Scheiße. Meine Fresse. Komm, bitte. Wir wollen eine Waffe. Ah, hat zwar nichts für die Reichweite hier, aber egal. Wir haben wenigstens den Leuten Peits gegeben. Ist da eine Truhe? Perfekt. Ich glaube, der Nose-Skin hat mir geholfen, ein bisschen mit der Megan. Wenigstens was Wohltätiges für die Nose-Skin hat mir getan. Scheiße, jetzt nicht. Ich suche hier keine Waffe. Wir brauchen noch eine Waffe für die Reichweite. Jetzt kratzen wir ab hier. Boah, Mann. So, wir müssen hier ein Tilly-Tower-Sype. Wir können aber nicht überleben, dass ich viel zu viele will. Äh, Leute. Wir müssen Wachtern sein, die Scheide. Ah, sieht nicht so aus. Wir können ja nicht mit einer grauen Tickle hier durchstarten, ey. Oh, fuck. So, wir müssen ein Zeitwürdigstum weggetan hier. So, wir müssen hier. Unsere letzte Hoffnung ist in dieser Hütte. Oder einer kommt seiner Herren, wir töten den, aber wir müssen anwaffen. Na, wer baut hier alles zu? Welcher Frischdachs hier. Wenn die zur Falle wäre, ich hätte ein bisschen gelacht. So. Also, ich baue es wieder hin. Ich wollte nur kurz gucken. Perfekt. 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 So. Einkaufswagen. Benutzt leider keiner mehr. Jawohl. Jawohl. Wohl. Okay. Ist klar, dass ich schon jemand war. Gucken, wie lange wir in Tiddlethaus die überleben können, liebe Leute. Aha. Da haben wir ja schon ein bisschen Soßen. Begeben die Minigern. Nein. So. Die war leer, Alter. Die war ein richtig krasser Feid. Oh. Die war wahrscheinlich ein richtig krasser Feid hier. So. Aha. Wer hat hier denn zugebaut? Okay, jetzt sind wir offen, dass es sehr gefährlich. Das habe ich doch gesagt. Das ist sehr gefährlich. Auf und rum zu rennen. Wer war das? Welcher No-Skinner war das? Oha. Und der Ritter-Skinn sind gar nicht mehr selten, seit die gestern im Shop waren. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich war zwar nicht heute der Beste, aber... Ja, ich trinke halt nur ein bisschen. Ja, das war's mit diesem Video. Gebt noch mal, ob es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Fortnite wollt oder was anderes. Wenn ihr was anderes wollt, schreibt in die Kommentare. Was machen? Ciao, Leute. Ciao, Leute.